Von Start bis Ziel lieferte der Kenianer Eliud Kupkog beim 48. Berlin-Marathon eine unfassbare Leistung ab. In knapp über zwei Stunden absolvierte der 37-Jährige die 42,195 Kilometer und brach damit seinen eigenen Weltrekord aus dem Jahr 2018. Eliud Kupkog hat den 48. Berlin-Marathon gewonnen. Der Kenianer legte von Beginn an ein extremes Tempo vor und überquerte die Ziellinie kurz hinter dem Brandenburger Tor mit einer Zeit von 2 Uhr 1 Minute und 9 Sekunden Stunden. Damit unterbot er seinen eigenen Weltrekord, den er 2018 ebenfalls in Berlin aufgestellt hatte, um 30 Sekunden. Es war der vierte Marathonsieg des Doppel-Olympiasiegers in der deutschen Hauptstadt. Um 9.15 Uhr gab die regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey den Startschuss für den 48. Berlin-Marathon. Insgesamt 35.564 Läuferinnen und Läufer stellten sich der Herausforderung und gingen dann in drei Startfällen auf die 42,195 Kilometer lange Strecke quer durch die Stadt. In einem großen Bogen ging es von der Straße des 17. Juni durch Moabit, Mitte, Kreuzberg, Schöneberg, Wilmersdorf, Steglitz, Charlottenburg und Mitte zurück zum Start-Zielbereich kurz hinter dem Brandenburger Tor. Die Spitzengruppe um die Favoriten Iliud Kutkogge und Gua Adola legten wie erwartet bereits früh ein ordentliches Tempo vor. Die erste Versorgungsstation nach 5 Kilometern erreichten die beiden mit ihren Parkmakern nach weniger als 15 Minuten. Vorjahressieger Adola verzichtete dort allerdings auf seine Trinkflasche. Überraschenderweise ging auch der Äthiopier Andamlak Beloudas extreme Tempo an der Spitze mit. Dort lieferte er gemeinsam mit dem Kenianer Kutkogge unglaubliche Zwischenzeiten. Nach 20 Kilometern waren die beiden bereits 56 Sekunden schneller als beim Weltrekord im Jahr 2018. Gua Adola konnte diese Geschwindigkeit hingegen nicht halten und musste sich zurückfallen lassen. Trotzdem war auch er mit seinem Tempo zwischenzeitlich auf dem Weg zu einer Zeit unter zwei Stunden.